Hi, Human. Ja, wir glauben wahrscheinlich immer noch an die göttliche Ordnung. Nur ohne Gott und überhaupt würde das auch keiner zugeben. Eigentlich ist das ja eine sehr konservative politische Haltung und wer wäre schon gern konservativ? Catherine Liu, Professorin an der UC Irvine, hat ein Buch veröffentlicht und das heißt Virtue Hoarders. Virtues sind Tugenden und To Hoard ist sowas wie Hamstern oder eben alles irgendwie bei sich zusammen scharren und halten. Und sie beschreibt, aufbauend auf verschiedenen anderen Theoretikerinnen, dass es nicht nur die Arbeiterklasse und die Besitzenden, also die Kapitalisten gibt, sondern eine weitere Klasse, die Professional Managerial Class. Und diese Professional Managerial Class, um das vorweg zu schicken, hindert uns daran, eine gerechtere Welt herzustellen und hat tief in sich drin diese Ideologie der spontanen Ordnung verinnerlicht. Catherine Liu macht das sehr explizit, dass das ihre Position ist. Sie ist dabei sehr direkt, aber Human, du hast ja auch so direkt gefragt. Also hier eine Antwort auf die Frage, warum ändert sich eigentlich nichts? Die Professional Managerial Class oder kurz PMC ist die Klasse der leitenden Angestellten. Sie sind nicht Kapitalisten, die besitzen, aber sie sind dennoch der größte Verfechter des Kapitalismus. Dafür muss jetzt Catherine Liu uns zwei Fragen beantworten, nämlich einmal, wie kommt das? Und zweitens, wie wirken sie auf den Erhalt des Kapitalismus? Und damit natürlich auch, wie stehen sie Bewegungen zu mehr Gerechtigkeit oder zur Lösung der Klimakatastrophe und so weiter entgegen? Die Professional Managerial Class beginnt sich kurz nach der Industrialisierung zu formen als Arbeitnehmer, also als Angestellte, nicht quasi als die Arbeiter. Und damit auch nicht ganz so dreckig wie die Arbeiter. Das ist nicht meine Position, aber das ist die Position der PMC. Wolfgang M. Schmidt hat dazu im Neue 20er Salon eine richtig gute Geschichte erzählt von einer Sekretärin, die, als sie mal von ihrem Chef in ein Restaurant ausgeführt wird, sich direkt als etwas Besseres fühlt, als die Empfangsdame, die ihren Mantel entgegen nimmt. Und das ist vielleicht so die Grundhaltung dieser Klasse, also etwas verkürzt. Die PMC hat den Wohlstand, den der Kapitalismus ermöglichte, an sich selbst erfahren und hat quasi so eine Aufstiegsgeschichte gemacht. Und in den wilden 60ern gibt es dann so eine riesige mobile Klasse von Studierenden und man spricht, man liest tolle Bücher und Poetry und fühlt sich damit einfach irgendwie cooler als die verstaubten Kapitalisten, wer auch immer die eigentlich noch sind. Man will nicht so rigide sein und beginnt sich wertetechnisch zumindest zu versuchen loszulösen. Und damit sehen sich die PMC als freier, als liebender, als cooler als diese alten Kapitalisten, aber dennoch sind sie eben Nutznießer aus den guten Positionen, die sie da beziehen können, die guten Jobs, die sie bekommen an Universitäten als, naja, Professional Managers und so weiter. Und damit fühlen sie sich auch erfolgreicher und, und das ist jetzt ein interessantes Paradox zu diesem freiheitlich lieben, freie Werte und so weiter, sich selbst als züchtiger und als fleißiger als die Arbeiter. Catherine Liu argumentiert, dass es irgendwann schon nochmal eine politische Solidarisierung mit den Arbeitern gab, aber spätestens über die 80er und 90er Jahre dann nicht mehr, denn die Ideologie der Spontanordnung, die sitzt tief. Wir haben eine Klasse, die profitiert vom Kapitalismus, die ist gebildet, die ist erfolgreich, die besitzt zwar nicht, aber das ist irgendwie auch gar nicht so wild, weil sie trotzdem Wohlstand hat und, ne, und kultiviert sind sie auch. Und es fühlt sich an, als wäre das alles aus dem eigenen Schaffen gekommen, als hätte man das nur sich selbst zu verdanken. Und wenn ich es ja geschafft habe, dann kann es ja jeder schaffen. Also heißt das auch, wenn jemand anderes das nicht schafft und ein Arbeiter bleibt, oh nein, dann, wow, dann ist es also ziemlich, ziemlich despektierlich. Hier kommt ein Zitat. Kleine Notiz dazu, damit meint sie natürlich auch mich. Und wenn du diesen Podcast immer noch hörst und durch die ganzen philosophischen Fachbegriffe durchgekommen bist, dann meint sie wahrscheinlich auch dich. Und deswegen ist es manchmal sehr konfrontativ, ihr Buch zu lesen, aber auch ziemlich amüsant. Ich finde, sie schreibt sehr auf die Nase. Wie wirkt diese PMC jetzt also auf den Erhalt des Kapitalismus? Und hier kommt das Virtue-Hoarding ins Spiel. Da die Professional Managerial Class sich selbst ja als besser ansieht, nimmt sie für sich auch moralische Überlegenheit in Anspruch. Und deswegen hordet sie quasi auch so Themen wie Rassismus oder Sexismus bei sich und nutzt diese Themen, um sich selbst weiterhin als moralisch überlegen darzustellen und weiter zu profitieren. Gute Menschen sind das. Kathleen Liu sagt jetzt, dass das aber nur sehr beschränkt passiert. Und zwar eben immer nur da, wo es nicht wehtut, wo es dem Kapitalismus nutzt und wo es eben nicht die Massen angeht. Bedeutet, der Kapitalismus selbst wird nicht infrage gestellt. Das ist aber dann problematisch, wenn wirkliche Veränderung eben auch Umverteilung bedeuten könnte. Und Umverteilung ist jetzt das Grauen, weil das könnte ja den sozialen Abstieg bedeuten. Und das wäre natürlich schlimm, weil dann wären sie ja mit denen, die eben nicht so virtuous, so tugendhaft sind, wie sie selbst im gleichen Topf. Ich stimme mit Kathleen Liu nicht in allen Punkten überein. Ich finde zum Beispiel, dass die verschiedenen moralischen Themen, die von der PMC bespielt werden, durchaus relevant. Und die Lösung in Teilbereichen der Gesellschaft würde in meinen Augen eben auch schon Fortschritt bedeuten. Allerdings stimme ich mit ihr überein, dass die ökonomische Seite dabei nicht vernachlässigt werden darf. Ich habe aber auch das Gefühl, und jetzt lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster, und das ist jetzt nur anekdotisch und meine eigene Wahrnehmung, dass sich in vielen verschiedenen Bewegungen, zum Beispiel Black Lives Matter und auch im Feminismus, diese kapitalismuskritische Haltung durchaus etabliert. Und dass man schon versteht, oh, das hängt sehr wohl zusammen und wir müssen das ausweiten und größer denken. Naja, aber die PMC bestimmen eben den öffentlichen Diskurs. Und Kathleen Liu sagt dazu, PMC Elites consciously or unconsciously want to humiliate their adversaries by attributing them a desperate lack of intelligence, empathy and virtue. Oder kurz, wie kannst du nur über Geld reden, wenn hier Leute diskriminiert werden? Und so werden eben Systemfragen ausgeblendet, um im System einzelne Dinge moralisch zu verbessern. Im Prinzip können wir das vielleicht zurückführen auf viele Jahrzehnte protestantische Ethik, göttliche oder spontane Ordnung. Jeder verdient dort zu sein, wo er ist, und wir müssen nicht kollektiv dagegen arbeiten. Schade Marmelade.